Wir sprechen von jetzt an zu Ihnen als George Bernard Shaw und Stella, Beatrice Patrick Cappell. Ja, ich nenne Sie heute Liebling, weil lieber Mr. Shaw überhaupt nichts besagt. Liebling dagegen bedeutet Liebster. Liebster bedeutet für mich einen Mann, einen Geist und eine Art zu reden, so wie Sie. An diesem letzten Silvesterabend und allen Dingen davor, da gab es Ewigkeit und Schönheit, unendliche Lieblichkeit und grenzenlose Zufriedenheit. Du Frigole, herzlose Lügnerin! Wenn die Augen lügen, deine Hände lügen, ich könnte dich wie viel wie in Stücke reißen. Hör auf, bitte hör auf! Ja, ist doch gut, geh doch. Ich habe geglaubt, ein Gentleman lüsst nicht und lässt es dann trocknen. Es handelt sich hier nicht um uns! Oh, bitte! Das ist Theater! Bzetetop- Nein, wütend! Bis zum nächsten Mal.